Ich saß im Dunkeln, eingehüllt von Traurigkeit, aber meine Schwester Sua gab mir wieder neuen Mut und brachte mich wieder zurück. Bruder, was ist los? Asuna wird gehen. Ich werde sie nie wiedersehen. Und ich kann nichts dagegen tun. Häng dich richtig rein, okay? Wenn du jemanden wirklich tatsächlich liebst, dann schau nicht hoffnungslos rein. Du kannst es schaffen. Nächsten Morgen bekam ich eine E-Mail von Ergie. Schau dir das an. Ist die etwa eingesperrt in einem Art Käfig? Warum sieht sie so aus wie eine Fee? Ergie erzählte mir, dass dieses Bild von Asuna aus einem Virtual MMO stamme. Das zusammenkompatibel ist mit dem Nerfgear. Oder sozusagen eine Erweiterung des Nerfgears ist das. Und zwar die Amosphere. Das Game nennt sich Alphahame Online oder Alphahame Online oder AOL für kurz. In AOL hat man mehrere neue Features, also neue Fähigkeiten und auch neue Abilities. Außerdem kann man frei fliegen in der Luft. Und Asnas Bilder stammen von einigen Spielern, die hoch genug in die Luft geflogen sind, bei einem namens Welpenbaum. Ich habe gelernt, oder ich habe davon mitbekommen, oder davon gelernt, dass AOL von einer Division erstellt wurde. Und zwar von RECK, also von RECK, der Firma, wo Nubuki Sugu arbeitet. Ich entschloss mich, einzutreiben, AOL, die Welt der Feen und die Möglichkeit, Asnas wieder zu bekommen. Ein Spiel, wo man nicht sterben kann, sollte doch für mich kein großes Problem sein. Wir halten die Zeremonie ab, hier in zwei Wochen. Merkt ihr diese Daten? Ich brauche wieder deine Hilfe. Einmal noch. Link start! Update is available. Game Daten... Okay. Ich habe keine Ahnung, was das gerade bedeutet. Hä? Warum wurde ich jetzt... Ähm, the fuck? Was ist jetzt passiert? Ich habe da... Ich habe da noch... Ähm, ja, äh... What? Ist das Spiel gerade abgestürzt? Ich glaube, das Spiel ist gerade abgestürzt. Sehr interessant. Das Spiel ist gerade abgestürzt, liebe Freunde. Liebe Freunde, das Spiel ist gerade abgestürzt. Äh, ja, was passiert eigentlich nach dem Link start? Es kann natürlich sein, dass... Ja, AOL haben wir jetzt. Also, ich werde jetzt mal einen kurzen Cut einsetzen und wir sehen uns dann gleich wieder. Link start! Ach so, ja, hier wurde es einfach beendet. Okay. Also. Ach so, ich werde einfach direkt wieder rausgeschmissen. Was ist das denn? Okay. Land of the Fairies. Seid dabei in der nächsten Folge von Sword Art Online. Memory Defrock. Dann geht es richtig los. Mit dem ersten Kapitel. Land of the Fairies. Bis dahin und ciao. Ja, damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession von Sword Art Online Memory Defrock. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei dieser neuen Aufnahmesession. Ja, und heute wollen wir nun weitermachen mit AOL. Ihr seht vielleicht an meinem Rank und vielleicht auch schon gleich, wenn ihr die Nebenquests noch seht, dass es nicht so lange her ist, seitdem ich das letzte Mal aufgenommen habe. Ja, ich muss jetzt raus. Ihr seht auch, dass ich hier schon ein bisschen was freigeschaltet habe. Das liegt einfach daran, dass ich diese Aufnahmesession schon mal hatte und dann mein wunderschöner PC dachte. Ich stürze einfach mal ab. Hatte nämlich so circa dreiviertel Stunde aufgenommen und dann ist mir mein PC einfach mal mal wieder abgeschmiert. Richtig genial. Ja, um euch zu beweisen, dass die letzte Aufnahmesession nicht so weit her ist. Das sind die ganzen Quests, die aktuell aktiv sind. Also es ist nicht gerade sehr viel, hat sich sehr viel verändert. Das liegt einfach daran, dass ich jetzt ein bisschen mehr Content brauche für meinen PC. Aber wir werden das hier wieder zurückverfeigen. Denn das letzte Mal sind wir in Land the Fairies angekommen. Kirito versucht ja seine Asuna zu retten, die ja sozusagen scheinbar irgendwie eingesperrt zusammen mit 300 anderen weiteren SRU-Spieler. Da wurden die gefangen genommen und sind immer noch nicht aufgewacht aus Sword Art Online. Kirito versucht nun in dem neuen Videospiel AOL Alpha Haim Online nun nach neuen Informationen zu seiner Asuna zu finden. Denn er hat ja ein besonderes Bild gefunden. Und jetzt legen wir los mit Land of Fairies. Ich bin wieder zurück in einem anderen VR-MMO-Game. Und das nach dem, was ich alles so erlebt habe. Warte, wo bin ich? Und halt mal, ist überhaupt der Lockout-Button? Gott sei Dank. Also Kirito hat sich halt in Alpha Haim eingeloggt. Hat ihn halt seinen Namen Kirito tatsächlich behalten. Und jedenfalls konnte Kirito sich nicht seinen eigenen Charakter halt aussuchen. Also konnte seinen Nicht-Charakter individualisieren. Sondern er wurde random basiert. Er konnte nur seine Klasse wählen. Und der Spirigana, den Kirito sich hier ausgewählt hatte, war halt schwarz. Und unser guter Kirito ist ja schwarz. Und jedenfalls hat er sich für den Spirigana entschieden. Sollte denn eigentlich auch beim Spirigana-Gebiet starten. Aber dann durch einen Bug. Wir werden auch bald noch herausfinden, warum dieser Bug geschehen ist. Ist Kirito irgendwo in irgendwelchen Wäldern gelandet. Und jedenfalls ist er dann hier aufgewacht. Mit halt dem Kirito-Design, den wir jetzt hier sehen. Warte mal, wo bin ich? Ach so, das hatten wir ja gerade. Okay, was ist denn mit meinem Status-Fenster? Hä? Das sind ja alle meine Skills und Stats von Sword Art Online. Was geht hier ab? Warte mal, eine Sekunde. Was ist mit meinem Item? Sind sie auch hier? Komm schon, bitte sei da! Ah! Hey, Yui! Ich bin's. Erinnerst du dich? Papa! Ich... Ich erinnere mich. Papa! Yui! Du bist wieder... Du bist zurück. Es ist ein Wunder. Also, was genau machst du hier? Oder was genau ist das hier? Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass diese Welt kopiert wurde von den SAO-Servern. Auch ihre Charaktere, ist es auch so. Die Skills, die du hattest, sind genau die gleichen, die du im Spiel hattest. Sie wurden mit den anderen, deines anderen neuen Ees fusioniert. Ich verstehe. Und wie bezeichnet dich eigentlich das System? Lass mich sehen. Es klassifiziert mich als Player Support Programm. Hier bin ich eine Navigations-Pixie. Das ist es. So sehe ich aus als Pixie. Oho! Hast du noch deine Administrator-Privilegien aus SAO? Oder wie ist das hier? Nein, das System lässt mich nur verbinden mit den ganzen Area Maps. Nein, das System lässt mich nur verbinden mit den Area Maps und Hinweisen auf die Datenbank. Oh. Hör mal, Jui. Ich denke, deine Mama sollte auch hier irgendwo sein. Mama, wirklich? Was meinst du mit, sie sollte hier irgendwo sein? Nachdem wir SAO geschafft haben, ist Asuna niemals aufgewacht in der realen Welt. Ich habe herausgefunden, dass sie hier in Alphaheim ist. Das Bild, was ich gesehen habe, war zwar total unscharf, aber trotzdem konnte man es sehen. Was hast du... Was haben wir nun... Oder... Wie gehen wir jetzt... Oder was haben wir jetzt vor? Ah! Ist irgendwas passiert? Es gibt irgendwelche anderen Spieler in der Nähe. Ja. Sorry über das. Aber wir haben eine Mission, verstehst du? Gib uns dein Geld und deine Items und wir werden vielleicht darüber hinwegsehen. Versuche hier nicht den Gentleman rauszuhängen. Wir haben nicht die Zeit, irgendwas sowas zu machen. Wir sollten sie lieber erledigen. Gut, dann versucht es. Aber ich sage euch eins. Ich habe keine Angst davor zu sterben. Also es kommt... Äh, kommt her. Ja! Verdammt! Das Landen muss ich irgendwie noch lernen. Was machst du hier? Geh weg von hier! Könnte mir jemand erzählen, was hier los ist? Drei große Typen kämpfen gegen ein Mädchen? Das ist ziemlich uncool, wenn ihr mich fragt. Was sagst du da? Besser verschwindest du von hier, du Noob. Oder du wirst sterben. Ja, natürlich zur kleinen Information. Jedenfalls ist Kirito... Also zur Vervollständigung. Denn unser guter Kirito hat sich jetzt, wie gesagt, eingeloggt. Ist halt nun im Spiel. Und jedenfalls hat Kirito dann... Hat sein Fenster geöffnet. Hat gesehen, hey, guck mal. Er hat noch die ganzen Stats, also die ganzen Statuswerte. Außer dort online. Seine Items waren im Grunde ebenfalls noch da. Aber sie werden alle als Fragezeichen markiert. Nur bis auf ein einziges Item. Und das war halt das Herz von Yui. Als er das angeklickt hat, ist dann halt Yui wie aus dem Nichtsgeschehen... Ja, geschehen. Genau, aufgetaucht. Und Kirito war natürlich darüber unglaublich glücklich, dass seine Yui wieder bei ihm ist. Yui hat ihm dann geraten, dass er die ganzen Items löschen sollte. Was für Kirito natürlich extrem schwer war. Hat sich sehr schwer getan, die ganzen Items zu löschen. Klar, er hat zwei Jahre lang Items gesammelt. Und die musste er jetzt plötzlich auf einmal löschen. Auf jeden Fall sind dann in der Nähe Spieler aufgetaucht. Das waren eigentlich zwei, fünf Charaktere. Einmal die drei Salamander. Die sind so eine, ja, ich würde sagen, so eine Art bösere Gilde. Also die versuchen ein bisschen mehr Macht zu erringen. Und dann halt die gute Liefer und der gute... Rekorn hieß der? Also so ein guter Kumpel von der guten Liefer. Ja, auf jeden Fall ist der leider gestorben. Und wir wissen ja, hier in dem Spiel stirbt man ja nicht wieder... Äh, stirbt man nicht wirklich. Also wenn man in dem Spiel hier stirbt in Alpha-Helen ist das nicht gleichbedeutend mit dem richtigen Tod. Sondern man, äh, ja, respawnt halt in der Anfangsstart. Auf jeden Fall war der in die Fall alleine und sie wurde dann halt in die Ecke gedrängt. Und Kirito hat währenddessen versucht ein bisschen das Fliegen zu lernen. Also Yui hat ihm das so ein bisschen erklärt, weil wir wissen ja, in Alpha-Helm kann man nämlich fliegen. Yui hat ihm das so erklärt, dass er mit der linken oder was mit der rechten Hand greifen soll. Und dann ist halt ein Kontroller aufgetaucht. Und mit diesem konnte er ein bisschen schwerfällig fliegen. Aber er konnte trotzdem fliegen. Nur das Landen hat Yui ihm nicht wirklich erklärt. Und nachdem er versuchen wollte zu landen, ist er halt mit dem Kopf volle Wucht auf den Boden geknallt. Und ist halt genau vor der guten Liefer aufgetaucht. Nun stellt sich Kirito heldenhaft wie er ist vor der guten Liefer und will sie beschützen gegen diese bösen Salamander. Und jetzt kommen wir. Und wir kämpfen gegen die Salamander. Den Kampf habe ich natürlich schon ausgetragen. Deswegen werde ich jetzt auch gleich keine Trophäen bekommen. Beziehungsweise halte ich so komisch, wie ihr Mann. Ihr wisst, was ich meine. Das ist natürlich kein Problem für uns. 75 sind die Gegner. Nochmal für die Leute, die die letzten Folgen nicht gesehen haben, wollt ihr vielleicht wissen, wie mein Code ist. Also wollt ihr mich vielleicht hier folgen. Bei Sword Art Online Memory Default. Dann guckt nochmal zu Beginn der Folge mit dem Kampf gegen den... Sagt doch... Sky Reaper. Da habe ich euch am Anfang der Folge gezeichnet meinen neuen Code. Den könnt ihr dann einfach bei Sword Art Online eingeben. Also Sword Art Online Memory Default, wo zeige ich euch da auch. Und dann könnt ihr mir hier folgen. Zwei Leute haben das schon getan und folgen mich nun auf Sword Art Online Memory Default. Ihr könnt das natürlich ebenfalls tun. Wow, Level 100, krass. So, ich glaube, wir kämpfen jetzt nochmal gegen drei von diesen Salamandern. Sind halt diese roten Salamanden. Die fühlen sich halt für was besseres. Komm, wir sterben. Wie kann das sein? Er ist so schnell. Er hat gerade mal einen Hit gebraucht. Was hat er überhaupt für eine Ausrüstung? Wie fühlt sich das? Wie fühlst du dich? Oder wie geht es dir? Fühlt du dich bereit zum Kämpfen? Nein, danke. Ich habe meine Magic Skill gerade auf Level 900 gerankt. Also brauche ich nicht unbedingt gerade zum Sterben. Es wäre mir eine Ehre gewesen. Und wie steht das mit Ihnen? Sind Sie damit einverstanden, Ma'am? Ich schätze, ich denke mal, es passt. Aber nächstes Mal wirst du sterben. Nächstes Mal gehst du da um. Kage-Mum-In-Air. Dann bringe ich mir sicher, dass ich deutlich mehr Freunde mitbringe. Und zwar war es nämlich so, dass, wie gesagt, Kirito ja, wie ich gerade schon sagte, diese ganzen Sets behalten hat. Und dann hat er tatsächlich den einen von den drei Salamandern ausgelöscht. Mit einer Attacke, wie halt schon der gute Liefer das gesagt hatte. Und auch beim zweiten hat Kirito ganz kurz einen Prozess gemacht. Hat ihn ebenfalls mit einer übelsten Speed-Attacke geboren hittet. Und der andere Typ, der hatte halt Tschüss und ist abgehauen. First Fight.